Der Tag der Deutschen Einheit hat es wieder gezeigt, dieses Land ist in manchen Fragen höchst uneins. Merkels Flüchtlingspolitik erregt immer noch die Gemüter, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ungarn, wo am Wochenende die Regierung über diese Frage abstimmen ließ und ja was, gewonnen oder verloren hat. Das Thema bei Sandra Maischberger. Pleite für die Populisten, Sieg für Merkels Europa? Herr Roos, die Journalistin sagt, nur Angela Merkel kann die EU zusammenhalten. Auch als SPD-Mitglied sei sie voller Bewunderung für die Kanzlerin. Anton Hofreiter, der grüne Fraktionsvorsitzende freut sich, dass Ungarns Premier mit seiner aggressiven Kampagne gegen Flüchtlinge gescheitert sei. Keineswegs sei das Referendum gescheitert, sagt die Europaabgeordnete der AfD, Beatrix von Storch. 98 Prozent Zustimmung, eine Niederlage zu nennen, ist erstaunlich. Sie fordert für Deutschland ein Referendum über den Verbleib in der EU. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn forderte kürzlich einen zeitweiligen Ausschluss Ungarns aus der EU. Die Politik Orbans widerspreche fundamental allen europäischen Werten. Und Gergel Pröle. Bis vor kurzem saß er in der Regierung Orbán und verteidigt die Ablehnung von Flüchtlingen. Denn Masseneinwanderung ist für uns Ungarn nicht akzeptabel, weil die Gesellschaft dann aus dem Gleichgewicht gerät. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie zuschauen. Ja, vorgestern Abend, Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Die politische Prominenz um Kanzlerin Angela Merkel musste sich dort übelst beschimpfen lassen. Ein junger Kollege von der Welt stand unter den Demonstranten und wurde Zeuge von Pöbeleien und Hass. Lügenpakt! 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 Stink! Schatzte! Du schwingest dich dir! Frau von Storch, man kann gar nicht alles wiederholen, was da gerufen wurde. Volksverräter und Lügenpakt waren noch die netteren Begriffe. Haben Sie Verständnis für so viel Wut? Ich kann verstehen, dass die Menschen sauer sind, ja. Und ich verstehe auch, dass nicht jeder sich so dezidiert ausdrückt, wie ein Bundestagspräsident das tut und wie das vielleicht Gepflogenheit sein sollte. Das ist Volkes Stimme. Das sind unschöne Worte, ja. Aber in der Sache, glaube ich, muss man einfach anerkennen, dass die Leute wütend sind. Und darüber hinweg zu gehen und zu versuchen, jetzt diese Menschen zu beschimpfen und sie als Pack und Dunkeldeutschland und so weiter als Pöbel zu bezeichnen, ich glaube, das geht an dem Problem vorbei. Und damit entzweien sich diese beiden Gruppen immer weiter. Ich glaube, die Politik ist derart bürgerfern geworden, dass sie nicht mehr mitbekommt, was die Menschen tatsächlich bewegt. Und das sieht man dort, das ist jetzt dort laut geworden. Das sind keine schönen Milder, das sind keine schönen Worte. Aber ich glaube, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Bürger sauer sind. Frau Roos, es gibt diesen Satz, den Sie, glaube ich, auch immer für sich in Anspruch genommen haben, und die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Gilt das für diese kleine Truppe in Dresden auch? Also, das sind ja nicht Andersdenkende, das ist wirklich Pöbel. Und was Lammert gesagt hat, ist doch genau richtig. Uns ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Wir sind in einem Land und andere beneiden uns darum. Und wissen Sie, Frau von Scheuf, was Sie hier sagen, das ist ganz Unglaubliches, das. Sie verstehen das, aber die AfD, die arbeitet ja daran mit. Und Pegida und Sie, Sie haben das ja auch mit zu verantworten, dass Frau Merkel unter einem Galgen gezeigt werden durfte. Sie haben sich davon nicht distanziert. Sie haben ja sogar gesagt, sagen lassen, auf Flüchtlinge schießen. Und dann haben Sie gesagt, ja, irgendwie haben Sie sich davon distanziert. Nur irgendwie haben Sie gar nicht erklärt. Sie machen diese Stimmung, die erzeugen Sie und die machen Sie mit und das unterstützen Sie. Und das ist das Schlimme an der AfD. Und dass Leute auf Ihre Partei reinfallen, hat gar nichts mit Flüchtlingen zu tun. Sondern das hat damit zu tun, wie in Mecklenburg-Vorpandern zu sehen war. Das sind Leute, die abgehängt sind, die arbeitslos sind, die keine Perspektive haben. Und die glauben, dass Sie Sie dahin führen, wo Sie sagen, dass Sie hinkommen. Das ist ein ganz großer Irrtum. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, muss man sagen, die hatten 2,03 Prozent aller Flüchtlinge, die in Deutschland zugeteilt waren. Das ist lächerlich. Das waren vom Februar die Zahl 3.018 Flüchtlinge in diesem ganzen Land. Und das ist ein Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat. Das waren Deutsche, Deutschsprechende, also die besseren Menschen. Aber das alles zusammenzumixen, was Sie machen, das ist demokratiefeindlich und das ist gegen unseren Staat. Und dass Sie das alles hier noch vertreten, das wundert mich nicht, weil Sie ja diesen ganzen Unsinn andauernd verbreiten. Aber das ist wirklich Volksverhetzung und das ist demokratiefeindlich, was Sie machen. Interessant. Über die Flüchtlingspolitik werden wir reden, aber der Vorwurf der Mitverantwortlichkeit für diese Art von Stimmen, wie sie da gehört wird, sehen Sie denn so, ich ergänze nur einfach, wenn Herr Gauland die Kanzlerin, Kanzlerdiktatorin nennt und Herr Höcke sagt, man müsse sie mit der Zwangsjacke aus dem Kanzleramt führen, muss man sich dann wundern, wenn dann jemand dahergeht und das F-Wort sagt? Ich glaube, Sie haben einfach den Bezug zur Realität verloren. Sie haben den Bezug zu den Bürgern verloren. Sie sehen die Probleme nicht mehr, die die Menschen haben, mit denen, die sich auseinandersetzen müssen. Es hat nichts damit zu tun, in Mecklenburg gibt es auch Menschen, die sich für den Erhalt des Regenwaldes einsetzen und da gibt es gar keinen Regenwald. Insofern zu sagen, Sie dürfen sich über den Erhalt des Regenwaldes, um zu sagen, man muss nicht erst eine Million Migranten im eigenen Land haben oder im eigenen Bundesland haben, wie man dazu eine Meinung haben darf. Insofern ist es, glaube ich, einfach nur ein Nachweis davon, dass Sie nicht mehr da sind, wo die Menschen sind, weil Sie einfach abgekoppelt davon sind und nicht mehr verstehen, was die Menschen bewegen. Sie, die Sie vertreten, dass man auf Flüchtlinge schießt. Sie sind dabei. Wissen Sie, ich sage Ihnen mal ein Wort von Ihnen. Multikulti hat die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Das ist von Ihnen. Nein, das ist nicht von mir. Daraufhin habe ich bereits Herrn Friedmann verklagt und Herr Friedmann hat eine Gegendarstellung senden müssen, weil das eben nicht von mir ist. Das wussten Sie nicht, aber jetzt wissen Sie es. Herr Hofreiter, Claudia Roth, die ja auch da war, hat ja versucht, auf diese Demonstranten zuzugehen und mit ihnen zu reden und ist genauso unflättig beschimpft worden. Es kam überhaupt gar kein Dialog zustande. Muss man dann konstatieren, dass man mit einer gewissen Gruppe in Deutschland gar nicht mehr reden kann? Kann man das akzeptieren? Ich glaube, mit einem Teil der Leute ist es einfach sehr, sehr schwierig zu reden. Und ich glaube, da muss man einfach unterscheiden. Nämlich der Trick, den die AfD immer anwendet, ist zu behaupten, dass diejenigen, die sich besonders unflätig benehmen und besonders laut sind, dass die angeblich die Menschen und das Volk wären. Das stimmt überhaupt nicht so. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, zum Glück die große Mehrheit immer noch in Deutschland, die genau so nicht denkt. Denn auch viel, viel größere Mehrheit benimmt sich so auch nicht. Und das sind einfach diese Fantasien der AfD von einem homogenen Volk, das sich da wieder bereits eben gerade live ausgedrückt hat, was am Ende sozusagen so schädlich ist für eine plurale Demokratie. Das, was die Menschen da getan haben, das waren 500 da in Dresden, das war einfach unsäglich. Und ich glaube, man kann für die ganz, ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland sprechen, dass sich die große Mehrheit gegen dieses Verhalten verwehrt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es eine Unverschämtheit, gegen einen Großteil der Menschen in Deutschland dieses unflätige Benehmen zu behaupten, dass das die Bevölkerung wäre. Damit beleidigen Sie die ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland. Es gab ja auch eine sehr schöne Einheitsfeier davor und sehr friedliche und tatsächlich, also mit ganz, ganz vielen Menschen auf der Straße, die offensichtlich nicht so wütend waren. Trotzdem, Frau Roos, der Reporter, den wir da gerade gesehen haben von der Welt, der junge Kollege, der ist jünger als Sie, der sagte aber, so etwas hätte er in diesem Hass noch gar nie erlebt. Sie haben viele Auseinandersetzungen in Deutschland erlebt, viele politische Auseinandersetzungen. Sie wissen, was Anfeindungen sind, auch gegen Ihre Person. Hat das eine neue Qualität? Ist das Klima in Deutschland anders vergiftet, als es das war? Das ist ganz neu. Sind diese Sorgen von Weimar, dass man ja immer alle drei Tage steht in der Zeitung, jetzt droht Weimar, die Linken gegen die Rechten, die Extreme verstärken sich und die Radikalität wächst? Das ist eine ganz andere Dimension. Also das hat es ja noch nie gegeben. Unsere Bundeskanzlerin ist gezeigt worden von Pegida mit einem Galgen. Kohl ist mit Eiern beworfen worden. Unser Präsident, unser Bundespräsident ist gezeigt worden mit einem Galgen. Dass da, ich sage die AfD, von denen erwartet man es schon gar nicht. Aber dass die dagegen nicht vorgehen und dass das einfach wieder geschehen kann, diese Pöbelein, diese Beschimpfung, da muss ich sagen, hat die sächsische Polizei eben bitter versagt. Das hätte einfach so nicht passieren dürfen. Und das, was Sie sagen, es war ja am Anfang eine schöne Einheitsfeier. Und wir haben ja allen Grund, uns über diese Einheit zu freuen, glücklich zu sein. Die Ostdeutschen sind also von einer Diktatur befreit worden, sind in Wohlstand geführt worden. Haben sich selber befreit, könnte man auch sagen. Haben sich selber befreit, aber gut, sind befreit worden von denen, die sie befreit haben. Leben in Wohlstand und leben also wunderbar. Und wir müssten uns eigentlich freuen. Und dann passiert so etwas. Sie sagen gerade, Frau von Storch, die sind gegen die Regierung aufgestanden, die Ostdeutschen. Und jetzt stehen wieder Menschen gegen die Regierung auf. Glauben Sie, das ist tatsächlich die Regierung aufgestanden? ...einfach gewohnt sind, wenn Sie die Nase voll haben, und Ihren Unmut auszudrücken. Und das haben Sie jetzt getan. Die Worte sind nicht schön, das ist gar keine Frage. Ich bin bei Ihnen. Aber ich verstehe sehr, dass die Menschen wütend sind und dass Sie das Gefühl haben, dass die Politik Sie nicht mehr erreicht, wenn Sie zu reden, wie Sie das gerade getan haben. Worüber sind Sie denn wütend? Können Sie das mal ganz konkret sagen? Die Politik der Bundeskanzlerin, die jetzt gerade unser ganzes Land verändert, das ist etwas, mit dem die Menschen nicht mehr zufrieden sind. Sie haben den Eindruck, dass Sie in diesem Land etwas vorgesetzt bekommen, über das Sie gar nicht mitentscheiden können. Was meinen Sie damit vorgesetzt bekommen? Können Sie es mal konkretisieren? Ganz konkret hat die Bundeskanzlerin, ohne das Parlament zu fragen und ohne die Bürger zu fragen, unsere Grenzen geöffnet und hat die Welt eingeladen, zu uns zu kommen. Und die Menschen haben den Eindruck, dass sie das überfordert. Sie leben mit einer... Sie hat etwas ganz anderes gemacht. Sie hat eine humanitäre Katastrophe verhindert. Sie hat nicht Millionen gerufen, sondern vor der Grenze waren diese Menschen in höchster Not. Was hätte sie denn machen sollen? Das, was Sie haben sagen lassen, erschießen oder was? Außerdem kommt noch etwas völlig anderes dazu. Dass die Menschen, das haben wir vorher schon gehabt, überhaupt nicht entsprechend dagegen protestieren. Hier ging es um 500 Leute, die sich daneben benommen haben. Ich komme zum Beispiel aus dem Bundesland Bayern. Da gibt es Tausende und Abertausende von Menschen, die nicht pessimistisch sind, die nicht Hass und Hetze schreien, die nicht solchen Unsinn verbreiten, wie sie es tun, sondern ganz konkret anpacken und den Leuten helfen und das ganz großartig bewältigt haben. Das sind auch die Menschen. Und ich glaube, das ist die deutliche Mehrheit, wenn ich mir das anschaue. Deswegen reklamieren Sie nicht ständig für Ihre unsäglichen Behauptungen, dass die Mehrheit der Bevölkerung da dahinter stehen wird. In Bayern wählen Sie aber natürlich auch die CSU und Herrn Seehofer, der ja doch auch eine andere Politik vertritt. Muss man dazu sagen. Ja, Herrn Seehofer verteidigt mir überhaupt nichts, sondern die Leute, die entsprechend da ehrenamtlich helfen. Herr Seehofer beschimpft ja de facto selbst die eigene Bevölkerung. Herr Asselborn, Ungarn ist erwähnt worden, darüber wollen wir auch gleich reden. Das Klima scheint vergiftet zu sein, also jedenfalls in Teilen. Wenn man das festhält, sind wir denn damit alleine in Deutschland oder gilt das eigentlich für den größeren Teil der EU über diese Frage? Bevor wir über Ungarn reden, darf ich ein Wort zu Deutschland sagen? Ja. Ich bin ja nur ein kleines Männchen aus Luxemburg, ohne Truppen, ohne politische Macht. Dienstälteste Außenminister der EU. Ja, aber ich habe zum Beispiel, das müsste Ihnen ein wenig Bedenken geben, also ich kam auf Twitter gelesen von Ihnen, dass ich eigentlich ein Deutschlandhasser wäre und ins Gefängnis in den Knast gehöre, anstatt hier in eine Sendung. Haben Sie das getwittert? Nein, da steht aber auf Twitter, das sind Leute von euch. Die haben ja ein bisschen. Jetzt, was die, glaube ich, aus dem Ausland gesehen, ich bin der Überzeugung, ich habe es schon öfter gesagt, Deutschland hat 2015 ein Bild abgegeben der Öffnung, ein anderes Bild, als es abgegeben hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das stand Deutschland sehr gut zu Gesicht. Und wenn man diese Bilder sieht, das sind zwar nur 500 Menschen, aber das sind Bilder, die wieder ein zerknirftes Deutschland zeigen, ein Deutschland, vor dem man eigentlich von der Mentalität wieder Angst bekommt. Und wenn das auch, ich glaube, vor allem in Berlin geschieht, es wäre ja ohne den europäischen Gedanken der Solidarität nicht zu der Wiedervereinigung gekommen, in Deutschland 1989, wie sie gekommen ist. Es wäre auch nicht zur Wiedervereinigung gekommen Europas. Und darum, Madame Storch, also ich verstehe, dass Sie hier Opposition machen wollen, aber Sie spielen mit dem Bild Deutschlands nach außen in einer ganz, ganz schlimmen Art und Weise. Und ich bitte Sie und ich hoffe wenigstens, dass, es sind ja viele Parteien hier gekommen und wieder verschwunden, auch die NPD und früher von Taden und solche Geschichten, dass Sie nur ein ganz ephemeres Dasein haben, dass Sie schnell wieder verschwinden, dass die Menschen sehen, was hinter ihrer Logik steckt. Hinter der Logik steckt Hass und es steckt Neid und es steckt ein Deutschlandbild, das eigentlich Deutschland im 21. Jahrhundert nicht verdient. Weil Sie Ungarn jetzt erwähnen, man muss natürlich auch sagen, Ungarn hat eben auch dazu beigetragen, dass diese deutsche Wiedervereinigung möglich war, denn die Ungarn waren die Ersten, die damals die Grenzen durchlässiger gemacht haben. Ich sage das deshalb, weil ich gerne fragen würde, ob Sie sich an die eigene Nase fassen, wenn Sie nochmal konfrontiert werden mit dem, was Sie verbal, sagen wir jetzt mal, dazu beitragen, das Klima möglicherweise auch jetzt nicht diplomatisch zu entschärfen. Und das ist schon Asselborn mit einigen Äußerungen über Ungarns Flüchtlingspolitik. Sie erlauben, dass ich das jetzt den ungarischen Kollegen frage. Herr Pröle, wir haben schon gesagt, bis September waren Sie Teil der Regierung Orbans, Sie waren Staatssekretär zuletzt, Sie waren mal Botschafter auch. Trafen diese Worte nur Orbán und seine Partei und seine Regierung oder auch das ganze ungarische Volk? Wenn man das überhaupt feststellen kann. Ja, eben. Also das ist mit solchen politischen Aussagen, ich glaube, man muss das einfach mal im Bereich politischer Kommunikation deuten. Gute Kommunikation? Nein, ich glaube eher schlecht. Zum Terrorgefahren. Also ich weiß nicht, ob das der Herr Außenminister kennt, aber es gibt eine Umfrage in Europa von einem ehrenwerten amerikanischen Institut durchgeführt. 59 Prozent der Menschen in Europa denken, dass zwischen Terrorismus und Migration ein Zusammenhang besteht. Das ist nicht die Behauptung des ungarischen Ministerpräsidenten oder der ungarischen Regierung, sondern das ist eine Tatsache. Zum anderen, ich glaube, ja nicht. Aber wenn das Gefühl der Menschen so ist und einigermaßen stimmt das doch, weil wir sehen ja in den Terroranschlägen, dass die Leute teilweise über Ungarn nach Paris gegangen sind. Das wissen wir doch. Aber wenn Sie sehen, was in Aleppo geschieht, wenn Sie diese Barbarei sehen und die Menschen, die da, die fort noch kommen, die kommen in die Türkei und sie wollen nach Europa kommen und sie kommen an die Tür Ungarns klopfen, um Zuflucht zu bekommen, so wie es in der Genfer Konvention von 1951 steht. Und dann wird in Ungarn eine Kampagne lanciert für dieses Referendum, wo gesagt wird, auf großen Plakaten praktisch die Gleichstellung zwischen Flüchtlingen und Terroristen. Aber Herr Minister, wenn Sie gestatten, wenn Sie gestatten, dann würde ich doch fortfahren. Weil diese politischen Behauptungen bringen uns nicht unbedingt weiter. Übrigens auch die, jetzt was der Herr Außenminister gesagt hat. Wenn Sie sich angucken, was im letzten Jahr passiert ist. Erinnern Sie sich, wie der ungarische Ministerpräsident beschimpft worden ist, dass er diesen Zaun baut? Erinnern Sie sich daran? Und was ist heute in den europäischen Dokumenten zu finden? Man muss die europäischen Außengrenzen schützen. Darf ich Sie mal fragen? Was steht außerdem noch in den europäischen Dokumenten? Was hat heute die Bundeskanzlerin gesagt? Dass die Bundesregierung verstärkt in Afrika ihre Aktivitäten ausüben muss, um eben die Flüchtlingsströme aufzuhalten. Das ist das, was wir schon immer gesagt haben. Nicht das Problem muss man nach Europa importieren, sondern die Lösung in die Krisenregion bringen. Das ist das, was wir schon immer gesagt haben. Und Herr Minister, wenn jemand klopft und in der Tat festgestellt wird, dass er kein Wirtschaftsflüchtling ist, sondern in der Tat aus humanitären Gründen aufgenommen werden muss, glauben Sie mir, der wird aufgenommen werden. Nein, das ist nicht der Fall. Das wäre ja schön. Das wäre ja wunderbar, wenn Sie diese Einsicht haben. Die haben Sie aber gar nicht. Sie schicken ja die Leute zurück und Sie bauen einen Zaun. Das ist doch wirklich etwas anderes. Frau Roos, Anfang des Jahres war Ungarn die dritthöchste Zahl der Anträge, die wir angenommen haben an Asylanträgen. Dass Sie dann weitergegangen sind nach Deutschland, das ist natürlich ein anderes Kapitel. Aber das spricht auch dafür, dass die Quotenlösung eben keine Lösung gibt. Sie haben ja am Wochenende siegen, wir müssen über das... Ein Satz. Bitte. Ich glaube, Herr Botschafter, wir dürfen, wir können in Europa das Problem der Migration, ob Krieg oder von Armut, nur lösen, wenn wir europäisch zusammenstehen, was die Grenzen angeht und was die Verteilung angeht. Und wenn Länder wie Ungarn, wenn Herr Orban ein Referendum organisiert, um festzuhalten, dass Ungarn keine europäische Solidarität zeigt, was die Lastenverteilung angeht und keine Flüchtlinge aufnimmt, dann hat, das ist, ich habe das vielleicht schlecht ausgedrückt, könnte ich auch... Ich bin aber kein Diplomat. Sie sind schon mal hinzugestellt. Nein, nein, das ist kein... Aber in der... Nein, in der Tatsache ist dann, dieses Land schert aus der europäischen Solidarität aus und schert aus von den Kopenhagen-Kriterien. So ein Land würde heute nicht mehr aufgenommen werden unter diesen Umständen in die Europäische Union. Das ist das, was man sagen muss, das ist nicht die Wahrheit. Ich gebe Ihnen sehr recht. Nur, die Mehrheit der Ungarn hat doch dagegen gestimmt. Sie haben sich doch dagegen ausgesprochen. Das ist jetzt die große Frage. Und Herr Orban ignoriert das und sagt... Lassen Sie mich nur den Satz auch zu Ende sagen. Und Herr Orban sagt wirklich... Also man denkt ja, man hört nicht recht. Er sagt wirklich, er hat gesiegt. Er hat verloren und zwar krachend verloren. Vielleicht nehmen wir die Zuschauer insofern mit, es gab also am Wochenende ein Referendum. Die Frage war, soll Brösel ohne die Zustimmung des ungarischen Parlaments bestimmen dürfen, dass Ungarn eben Flüchtlinge aufnimmt? Und es gab eine Beteiligung von 40 Prozent, das waren nicht 50 und deshalb ist das Referendum offiziell gescheitert. 50 wären notwendig gewesen, aber von den 40, die abgestimmt haben, waren 98 Prozent dafür. Also ist das jetzt ein Scheitern oder ist das kein Scheitern? Er hat doch selber gesagt, es muss die Hälfte sein oder die Mehrheit der Bevölkerung. Es ist aber nicht die Mehrheit der Bevölkerung, es ist eindeutig 40 Prozent gewesen. Herr Pröle hat er gewonnen. Insofern ist er gescheitert. Ich finde das wunderbar, dass wir im deutschen Fernsehen über das Ergebnis eines ungarischen Referendums sprechen. Ich warte darauf, dass wir über die deutsche Innenpolitik so heftig diskutieren. Haben Sie das nicht getan? Das tun wir, das tun wir. Aber das ist ja eine EU-Frage. Und damit geht es ja auch Deutschland an. Frau Meisberger, vielleicht noch ein Satz zum Herrn Minister. Darf ich fragen, ob Sie nochmal sagen, hat er jetzt gewonnen oder nicht? Gewonnen, gewonnen. Weil er sagte ja. Gewonnen hat er bestimmt nicht. Das ist ja klar. Gewonnen, es geht nicht um Gewinn. Es geht darum, wie man die Mehrheit verstellt. Aber er hat doch 50 Millionen Euro ausgegeben, um 4,2 Millionen, wie gesagt, das Plakaten und Zettel zu drücken. Der macht das doch nicht um 39 Prozent, dass die neue Teilnehmende waren. Wer verletzt EU-Recht? Wer verletzt EU-Recht? Der, der Menschlichkeit verletzt, verletzt EU-Recht. Herr Minister, das ist doch gelabert. Also wir haben ein W2-Afford. Und man verletzt EU-Recht, wenn die Schengen-Regeln nicht eingehalten werden. Das ist Rechtsverletzung in der Europäischen Union. Und das hat eben Ungarn nicht gemacht. Weil diejenigen, die die Außengrenzen schützt, das schützt eben den Schengen-Raum. Wozu die Mitgliedstaaten verpflichtend sind, Herr Minister, das ist recht. Machen Sie die Augen zu vor den Katastrophen, vor den humanitären Katastrophen, die sich vor ihren Grenzen abspielen. Machen Sie da die Augen einfach zu. Also vergessen Sie doch nicht, Sie reden hier mit einem Menschen, der in Humanitärenaktionen teilgenommen hat. Der mehrmals an der ungarischen Grenze war. Der das mit den eigenen Augen gesehen hat. Und der auch selbst geholfen hat. Ich rühme mich nicht darum, dass das nicht dazu gehört. Ja, aber dann können Sie das nicht rechtfertigen. Aber glauben Sie mir, das ist, worüber wir hier sprechen. Das ist nicht die Frage. Weil wo es in der Tat notwendig ist, da wollen wir auch helfen. Da hat Ungarn eben auch mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass wir da Opfer bereiten. So, ich darf einmal nochmal an die politische Seite Deutschland fragen. Herr Hofreiter, das ist ein kleines Land, Ungarn. Es hat etwa 10 Millionen Einwohner. Jetzt haben da 3,2 Millionen abgestimmt gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Muss man nicht anerkennen, dass Sie... Entschuldigung, wollen wir nicht die Frage genau nochmal wiederholen, worüber wir abgestimmt haben? Ganzhaft, weil das ist auch schwierig, diese Frage. Soll Ungarn, sagen Sie es nochmal wörtlich, bitte? Ja, die Frage war, ob die Europäische Kommission ohne die Zustimmung des ungarischen Parlaments darüber entscheiden darf, wer nach Ungarn kommt. Das ist europäische Solidarität. Herr Hofreiter, trotzdem wurde das ja auch begründet mit der Angst, Sie haben es ja gerade selber gesagt, vor einer Masseneinwanderung. 10 Millionen sind das. Kann man diese Angst nicht verstehen? Es ist ein kleines Land, es sind wenig Menschen. Sie haben nicht so viel Erfahrung gehabt in den letzten 40 Jahren mit Einwanderung aus einem anderen Kulturkreis. Kann man das nicht einfach verstehen und akzeptieren, dass die nationale Souveränität dann einfach über dem EU-Gesetz steht? In der Frage. Naja, das ist eine schwierige Haltung, wenn man sagt, dass die nationale Souveränität plötzlich über gemeinsam vereinbarte Gesetze steht. Ich meine, stelle sich vor, die ungarische Regierung beschließt im nationalen Parlament ein Gesetz und in einer Stadt, die Anteil von Ungarn ist, sagt der Stadtrat, ja, das interessiert uns aber nicht. Und außerdem machen wir jetzt eine Volksabstimmung bei uns in der Stadt. Wir haben zwar nicht das Quorum erreicht für die Volksabstimmung, aber die ganz große Mehrheit, die zur Volksabstimmung hingegangen ist, ist der Meinung, dass das Gesetz, das Ungarn gerade beschlossen hat und das auch für die Stadt in Ungarn gilt, halt nicht gelten soll. Ich meine, das ist eine alberne Grundhaltung. Ungarn ist Teil der Europäischen Union. Ungarn schickt Abgeordnete ins Europaparlament. Ungarn schickt einen Kommissar in die Kommission. Ungarn schickt einen Vertreter in den Rat. Und damit sind sie Teil des demokratischen Prozesses. Und wenn man Teil dieses demokratischen Prozesses, wenn man Teil der demokratischen Europäischen Union sein will, dann muss man sich halt auch an die gemeinsamen Beschlüsse halten. Sonst funktioniert das ganze System nicht. Ich meine, stellen wir uns vor, wir würden die Bundesrepublik Deutschland so organisieren, wir haben 16 Bundesländer und dann beschließt der Bundestag mit großer Mehrheit etwas. Und dann sagt ein einzelnes Bundesland, ja, das interessiert uns aber nicht. Ich meine, so funktioniert halt Zusammenarbeit nicht. Das funktioniert in keinem Verein. Das funktioniert auf keiner Ebene. Und deshalb ist dieses, ja, diese Volksabstimmung war eine alberne Frage, weil es etwas sozusagen gefragt worden ist, was gar nicht im Angebot war, so wie sozusagen Bayern auch nicht entscheiden kann, wenn wir der Meinung sind, dass letztendlich im Bundestag mit großer Mehrheit was entschieden worden ist, was wir falsch finden, dann können wir auch nicht einfach einen Volksentscheid in Bayern machen und sagen, so das passt uns jetzt aber nicht und wir kriegen vielleicht auch noch die Mehrheit entsprechend dafür. Und ich meine, ob die jetzt gewonnen oder verloren haben, das legt einfach die Verfassung fest. Und die Verfassung sagt, es gibt ein Quorum von 50 Prozent. Die Opposition hat gesagt, das ist eine unsinnige Frage, hat alle aufgerufen, die nicht dieser Meinung sind, nicht hinzugehen. Und deswegen ist praktisch niemand hingegangen, der anderer Meinung war, weil sie das boykottiert haben. Und trotz dieses gigantischen Aufwands, den Orban betrieben hat, trotz dessen, dass die Medien ja alles andere wie frei sind, dass alle Medien nahezu dafür geschrieben haben, trotz all den Dingen, nein, lassen Sie mich jetzt ausreden, das sind keine Floskeln, sondern das wissen wir durch Feststellung vieler Journalisten. Zwei Stimmen gleichzeitig, keiner versteht mehr was. Wollen Sie ihn aushalten lassen und dann kommen Sie gleich zu Wort? Haben Sie noch einen Satz, den sich... Ja, ich hatte den Satz noch, nämlich, dass trotz all der manipulierten Presse, die wir in Ungarn haben, trotz der geknebelten Presse, wo sehr, sehr viele unabhängige Journalisten entlasten worden sind, ist er gescheitert mit seinem Vorhaben und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Und da brauchen Sie auch gar nicht mit den 98 Prozent kommen, nämlich alle, die die anderer Meinung waren, haben sich entschieden, nicht hinzugehen. Das sind 60 Prozent. Und das sind 60 Prozent. Wie viele sozusagen da auch einfach keine Lust haben, kann man darüber spekulieren, aber er ist halt gescheitert. Und gescheitert ist gescheitert. Darf ich diesen Punkt aufnehmen, Herr Pröhle, und das an Sie geben und gleichzeitig aber nochmal die Kommunikation eben, die Herr Hofreiter gerade angesprochen hat. Es ist ja ein Wahl tatsächlich viel Aufwand getrieben und es gab ganz viele Plakate. Es gibt unheimlich viel Kritik an den Aussagen auf diesen Plakaten. Manche sagen, da stehen einfach glatte Lügen drauf. Zum Beispiel wussten Sie, Brüssel will so viele illegale Einwanderer in Ungarn ansiedeln, wie in eine Stadt passen. Das ist eines der Plakate gewesen. Es ging um 1300 Flüchtlinge, die nach dem Verteilungsschlüssel in Ungarn angesiedelt werden sollten. Ist das bei Ihnen schon die Größe einer Stadt? Es gibt auch sehr, sehr kleine Städte. Aber ich glaube, das ist einfach eine bewusste Irreführung. Das freut mich sehr, dass der grüne Fraktionsvorsitzende sich in der ungarischen Innenpolitik so hervorragend auskennt. Das ehrt uns einigermaßen. Aber darüber hinaus, gut. Es geht um 2000 Menschen, die in ein Land von 8 Millionen kommen. Dass der luxemburgische Außenminister sich auch so gut auskennt, das ehrt uns noch. Aber ich habe veranlasst im Rat, dass wir das gestimmt haben. Es sind 2000 Menschen bei 8 Millionen aufzunehmen. Es geht nicht darum. Sie wissen es genau, dass es über einen permanenten Verteilungmechanismus gibt, was im Europäischen Parlament und von der Kommission auch bereits losgeschickt worden ist. Es geht darum und in der Frage, ich möchte das wiederholen, hier geht es um Souveränität, hier geht es nicht um Flüchtlinge. Und deshalb, wenn man in Europa ist, muss man einen Teil seiner Solidarität abgeben. Sie können alles kritisieren. Sie können den Wahlkampf kritisieren. Sie können die politische Kommunikation kritisieren. Aber ich möchte doch zurückkehren zu der Tatsache. Warum wurde die ungarische Regierung vor einem Jahr kritisiert? Und was steht heute in den europäischen Dokumenten? Was sagt heute die Bundeskanzlerin? Was alles hat der Deutsche Bundestag im letzten Jahr, alles beschlossen im Sinne von der ungarischen Regierung? Also die Kanzlerin hat heute nochmal, weil sie das Interview erwähnt haben, hat nochmal explizit die Schließung der Balkanroute kritisiert. Um das nur nochmal zurückzugeben, weil sie gesagt hat, sie haben die Grenze geschlossen. Das Ergebnis war, dass das Problem in einem anderen europäischen Land dann gelandet ist. Das wollte sie eben nicht, nämlich in Griechenland. Da sind die Zahlen dann sprunghaft angestiegen. Aber ich würde trotzdem gerne bei der Kommunikation, weil wir, sagte sie dann auch, wie man eine Sache dann eben in die Öffentlichkeit bringt. Und das ist der Moment, wo wir darüber reden, wie Populisten vielleicht den Diskurs bestimmen und ob alles, was da gesagt wird, auch richtig ist. Frau von Storch, also auf dem einen Plakat stand, wussten Sie, seit Beginn der Migrationskrise stieg, die Belästigung von Frauen in Europa sprunghaft an. Würden Sie das auch so sehen? Ist das eine Wahrheit? Ich würde es so sehen, dass die Zahlen interessant sind, über die wir gesprochen haben. Es sind ungefähr 43 Prozent der Wahlberechtigten Ungarn, die sich hinter den Kurs von Herrn Orban gestellt haben. Es gab ein Referendum 2003, da haben für den EU-Beitritt Ungarns 38 Prozent gestimmt. Ja, sehr viel weniger. Frau Merkel regiert mit 30 Prozent der Wahlberechtigten. Über diese Zahlen wird nicht geredet. Es wird so getan... Das regiert, Frau Merkel, Sie lesen wohl die falschen Zeitungen. Sie lesen Ihre eigenen, das kann ich ja verstehen. Nein, wenn Sie mich vielleicht einen Satz am Stück machen lassen. Frau Merkel ist mit 41,5 Prozent gewählt worden, bei einer Wahlbeteiligung von 71 Prozent. Das macht eine Zustimmungsrate der Wahlberechtigten von 30 Prozent. Das können Sie in Ruhe mal nachrechnen. Und das Gleiche ist bei dem Referendum in Ungarn gewesen zum EU-Beitritt. Da haben 38 Prozent der Wahlberechtigten zugestimmt, den EU-Beitritt zu Ungarn. Aber eine Wahl, Entschuldigung, das muss ich jetzt nur ergänzen, eine Wahl, wo sich mehrere Parteien stellen, ist noch was anderes als ein Referendum, wo eine Referendum mit Ja und Nein beantwortet wird. Das Referendum für den EU-Beitritt, da haben 38 Prozent der Wahlberechtigten dem EU-Beitritt zugestimmt. Die Anteil derer, die sich jetzt hinter Herrn Orban gestellt haben, ist wesentlich höher. Also nur, weil man jetzt von einem krassen Scheitern spricht, man könnte also fragen, ob die Ungarn mit der großen Begeisterung überhaupt in die EU eingetreten sind. Auf jeden Fall ist die Ablehnung dieser Politik jetzt größer. Also es ist interessant, dass das alles außer... Die ist doch gar nicht größer, das stimmt doch gar nicht, was Sie sagen. Sie negieren, dass 60 Prozent der Ungarn es abgelehnt haben. Also behaupten Sie doch nicht immer falsche Sachen. 40 Prozent sind zur Wahl gegangen, aber die anderen 60 Prozent sind nicht zur Wahl gegangen. Das müssen Sie doch sagen. Jetzt ist es so groß dran. Wir reden heute über die Populisten. So viel Zeit muss sein, dass wir uns auch einfach genau anschauen, was dann passiert, wenn diese Botschaften dann auch so im öffentlichen Raum diskutiert werden. Das halte ich für eine wichtige Frage. Und möchte Sie gleich an Sie beide stellen, sage dazu, vielleicht haben die Populisten ja schon dann gewonnen, wenn die anderen Parteien, die gerne als die etablierten Parteien genannt werden, einfach die Positionen übernehmen. Zuletzt ist das passiert in der Kanzlerinnenpartei. Frau von Storch, ich habe gelesen, dass Sie die Mitgliedschaft in der AfD ist Frau Kudler angeboten worden. Haben Sie denn schon eine Reaktion? Nein, ich habe gesagt, dass sich jeder mal im Ton vergreifen kann. Und ich glaube, dass es nicht klug ist, mit historisch belasteten Begriffen Probleme der Gegenwart zu bezeichnen. Das habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, dass selbstverständlich konservative, auch CDU-Abgeordnete oder Wähler ein Angebot haben, in die AfD zu kommen. Über die freuen wir uns natürlich. Das ist doch klar. Aber Sie haben noch nicht geantwortet. Stell ich fest, einmal hat es... Wir haben keine Anfrage gemacht. Ich habe allgemein festgestellt, dass die Tür der AfD für konservative Abgeordnete oder auch für konservative Wähler, enttäuschte CDU-Wähler bei uns offen ist. Die sind bei uns gerne aufgehoben. Ich glaube, dass viele ihre politische Heimat bei der CDU verloren haben. Es sind noch einige Mitglied und es sind noch einige dort. Aber viele mit der geballten Faust in der Tasche. Viele mit der geballten Faust in der Tasche. Aber ich habe auch gehört, und das würde ich auch gerne festhalten, Umvolkung wäre Ihr Wort nicht. Nein, ich sage genau, diese historisch belasteten Begriffe sind... Ist völkisch historisch belastet? Ja. Hat Frau Petri gesagt und würde es gerne wieder als normal benutzen. Wir können das weiter diskutieren. Aber ich glaube, dass das generell kein kluge Akt ist, weil wir dann vom Thema ablenken. Und wir sollten lieber über das Thema diskutieren als über historisch belastete Begriffe. Das Thema ist, ob die Nationalismen, ob Nationalismus in Europa, in Deutschland zunimmt. Das ist ein Thema, das wir heute auch zu diskutieren haben, Frau Roos. Wenn jemand sagt Umvolkung, das ist ein Begriff aus der Nazi-Zeit, ist dann einfach das oder derjenige ein Nazi? Oder ist das zu weit gefasst? Darf man das so nicht sagen? Das kann ich nicht sagen, ob die oder der ein Nazi ist. Ich glaube auch, den Wählern zu unterstellen, der AfD, sie sind Nazis, ist falsch. Das glaube ich war nicht das, was ich... Aber sie sind rechtskonservativ. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Es sind, es ist ja gar nicht die Flüchtlingsfrage, die bei den Wählern zum Beispiel... Bleiben wir ruhig bei Mecklenburg-Vorpommern, die da die AfD gewählt haben. Das sind Leute, die sich abgehängt fühlen in unserer Gesellschaft. Auf die müssen wir zugehen. Die müssen wir versuchen, zurückzugewinnen. Schaffen wir das rechtzeitig? Haben Sie Angst, weil Sie damit so viel Erfahrung gesammelt haben, haben Sie Angst vor einem Wiedererstarken des Nationalismus? Des Nationalen? Naja, also wenn ich gucke, wer judenfeindlich ist und wer ablehnt, einen jüdischen Nachbarn zu haben, und das sind 25 Prozent, dann fange ich an zu frieren. Das dürfte bei uns nicht sein. Mit unserer Geschichte dürfte das nicht sein. Aber dazu ist natürlich eine AfD ganz willkommen. Die haben ja eine Terminologie, predigen Hass, predigen Entfremdung, Demokratiefeindlichkeit. Und das sind natürlich genau die Dinge, die schädlich sind in unserer Entwicklung. Ich kenne die deutsche Sprache nicht aus dieser Zeit und ich weiß aber, was dazu gehört und was nicht dazu gehört. Und da haben Sie geantwortet drauf. Ich finde, bei der AfD habe ich etwas gelesen über die Flüchtlinge. ein Interview von Madame, die Chefin, Petri, die hat dann im Kopf, dass man zwei Inseln irgendwo aufbringen soll. Das sagt sie. Ich weiß nicht, ob das Helgoland ist und Langenese, aber zwei Inseln, wo sie keinen Namen genannt hat. Da soll man alle Flüchtlinge hinstellen, die Männer auf eine Insel und die Frauen und die Kinder auf eine andere Insel. Ich gebe Ihnen das Interview, das war im Deutschlandfunk. Das ist noch nicht so lange her. Und das, ich will nur sagen, das ist mehr als jetzt Umvölkung oder, wie heißt das früher, die NSKK oder, na gut. Also ich glaube, dass das Sachen sind, Madame von Storch, wo man sich überlegen muss, wenn so etwas in die Welt gesetzt wird, dass wir in einem Europa, was ja gebaut wurde, um uns zusammenzubringen und auch das Leid der Welt, dass wir das in unseren Kopf hineinbekommen und helfen. So wie die UNO das fiel und so wie die Konventionen das vorhaben. Dass wir sagen, in Europa diese ganze Migration, ob es Krieg ist, Menschen, die aus dem Krieg kommen, ob es Menschen, die aus der Armut kommen, auf eine Insel, dann auch noch Warten macht frei draufschreiben. Und das ist etwas, was, glaube ich... Das hat sich noch nicht dazu gesagt, das war nicht... Nee, das war nicht gesagt. Das war Ihre Fantasie jetzt. Aber das ist meine Fantasie. Aber ich sage das, das ist etwas, das ist etwas, was unheimlich, glaube ich, die Menschen auffüllt. Oder vielleicht auch, wie Sie sagen, diese 20 Prozent oder vielleicht noch mehr, die vielleicht nicht die Kraft haben, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das sind, die dann... Ein ganz kurzer Punkt. Frau von Storch muss darauf antworten. Genau, ich möchte darauf antworten und zwar zur Demokratiefeindlichkeit der AfD. Der erste Punkt in unserem Grundsatzprogramm, wir wollen Volksentscheide nach Schweizer Vorbild. Wir wollen die Macht von den Händen der Politiker in die Hände der Bürger zurückgeben. Wir wollen sie unmittelbar beteiligen, weil wir der Überzeugung sind, dass die Menschen viel näher bei sich selber sind und dass sie eben nicht Pack und Pöbel, sondern der Souverän sind. Und ich glaube, dass es richtig ist, mehr Referenten auf Bundesebene bei uns zuzulassen, einfach weil die Politik sich so sehr vom Bürger entfernt hat. Das ist das eine. Können wir gar nicht diskutieren. Ein zweiter wichtiger Punkt. Wir sehen, dass jetzt die Wahlbeteiligung ansteigt. Das heißt, wir haben einen unheimlichen Zuwachs an Menschen, die sich an der Demokratie nicht mehr beteiligt haben und die jetzt wieder zur Wahl gehen. Das ist doch toll. Das heißt, die wählen zu großen Teilen AfD, sie wählen auch die anderen Parteien, aber das ist doch ein Beitrag zur Demokratie, also einer Partei. Die direkte Demokratie als ihren ersten und vordersten Punkt im Programm hat Demokratiefeindlichkeit. Sie haben eine falsche Partei gewählt und ich habe Ihnen hier gerade versucht zu sagen, warum Sie die AfD wählen. Nicht wegen der Flüchtlinge und nicht, weil sie demokratiefeindlich sind, sondern weil sie falsche Versprechungen machen. Sie sagen, wir sind demokratiefeindlich und ich sage Ihnen gerade, Sie sagen gerade, wir sind demokratiefeindlich. Weil Sie falsche Versprechungen machen und die Leute Ihnen das glauben. Das können Sie aber gar nicht erfüllen, was Sie versprechen. Herr Asselborn hatte gerade die Idee mit der Insel von Frau Preeti rezitiert und hat gefragt, oder besser gesagt festgestellt, dass dieses eine Politik ist, die in den Abgrund führt. Das war die zweite Sache, zu der ich Sie gerne hören würde. Ja, ich glaube, wir haben großen Konsens, dass wir helfen wollen. Und wir wollen möglichst effizient helfen, möglichst gut helfen. Wir wollen möglichst heimatnah helfen. Wir wollen vor Ort helfen, weil wir denken, dass wir mit dem Geld, das wir hier einsetzen, sehr viel mehr erreichen können, wenn wir beispielsweise die geplanten 93 Milliarden Euro, die bis 2020 im Bundeshaushalt eingestellt sind, wenn wir die nicht bei uns einsetzen, sondern wenn wir die vor Ort und heimatnah einsetzen, dann ist es, glaube ich, am besten erreicht. Und dann erreichen wir sehr viel mehr, dann können wir sehr viel mehr Menschen helfen. Und ich glaube, dass dann auch auf der europäischen, vor Ort, heimatnah, 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 nicht bei uns, heimatnah. Also das ist doch die klassische Methode der AfD. Sie hauen sozusagen was raus, auf der einen Seite mal der Schießbefehl an der Grenze, dann das Volkisch, dann jetzt das mit den Inseln von Frau von Petri. Und wenn man Sie dann damit konfrontiert, wenn man Sie dann entsprechend anspricht, dann, ach, es war nicht so gemeint, wir meinen es nicht so, wir sind missverstanden worden, die Medien haben uns wieder uminterpretiert. Das ist die klassische Methode, die Sie anwenden. Und die Leute, die Sie da ansprechen wollen und den Diskurs, den Sie verschieben wollen, das erreichen Sie dann. Nämlich deshalb wählen ja auch immer höherer Anteil der Rechtsextremen, die es leider in unserer Bevölkerung gibt, wählen deshalb AfD. Das ist sozusagen die klassische, trickreiche und unanständige AfD-Methode. Wenn Sie konfrontiert werden, dann so, wir waren es gar nicht, ist nicht meine Begriffe. Und sobald man sozusagen dann wieder unter sich ist, sobald man sozusagen wieder gerade nicht konfrontiert wird, haut man sozusagen das Nächste raus und wenn man dann wieder erwischt wird, dann sagt man, ach, wir waren es nicht, es war nicht so gemeint, es waren wieder die bösen Medien. Das ist der klassische Trick, den Sie konstant anwenden und den Sie auch gerade angewendet haben. Sie haben nichts dazu gesagt, zu den unsäglichen Aussagen, die Petri getätigt hat, sondern haben wieder außenrum geschwurbelt. Ich will dazu nur eins dazu sagen. Moment, Sie würden jetzt ja nur, Herr Ofreiter, verstärken. Ich will dazu nur eins dazu, zu den Inseln. Das war ja Hitler, Madagaskar, da kommen die Juden hin. 11 Millionen hätten da nicht hingepasst. Aber er hat ja Madagaskar für die Juden gehabt und das ist doch Vorbild für die AfD. Vielleicht kann uns Herr Pröhle helfen und Frau von Storch an der Stelle mal entlasten, weil viele der Vorwürfe, die Sie hören gegen die AfD, werden ja auch von Seiten der EU gegen Viktor Orban erhoben. Man sagt eben auch, es ist ein Populist. Man sagt eben auch, er arbeitet mit Menschenfeindlichkeit und Hass und schürt die Ängste in der Bevölkerung. Ist das ein Missverständnis? Also sehen sozusagen Menschen wie John Asselbaum das grundsätzlich falsch, weil sie, wie Frau von Storch sagt, nicht mehr auf das Volk hören und die Ängste nicht mehr kennen? Also die Partei des Ministerpräsidenten ist ja Teil der Europäischen Volkspartei. Das ist dieselbe Parteifamilie wie die Bundeskanzlerin. Also die, ja, die Partei des Ministerpräsidenten ist in derselben Parteienfamilie wie die Partei der deutschen Bundeskanzlerin, die CDU. Also das wollen wir schon mal festlegen. Und ich glaube, Sie spielen mit dem Feuer, wenn Sie hier die Nazizeit immer wieder ins Bild rücken. Das ist eine ganz, ganz falsche und gefährliche Methode. Und ich würde Ihnen raten, obwohl ich etwas, obwohl Sie zum Beispiel auch, aber Frau Rose auf jeden Fall. Entschuldigung, jetzt hören wir das aus. Darf ich jetzt mal einige Sätze zumindest zu Ende zu reden? Also diese Sprüche bringen der Lösung auf jeden Fall nicht näher. Das sind Ängste in diesen Ländern, das sind teilweise schlechte Erfahrungen. Übrigens auch der jüdischen Gemeinde, weil das ist ja klar, dass wir bestimmte Konflikte nicht importieren wollen, was ja im Nahen Osten da ist. Deshalb glaube ich, das ist doch wichtiger, wenn wir versuchen, doch über diese europäischen Lösungen nachzudenken. Und ich behaupte, was die ungarische Regierung in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat, das war ein Beitrag zur gemeinsamen europäischen Lösung. Weil unsere Vorschläge, was wir da machen und der Grenzschutz, tut mir leid zu sagen, der Grenzschutz auch, das ist rechtlich gesehen einwandfrei. Und dass wir da, dass wir dabei auch, dass wir, dass wir, dass wir, das ist mal wieder so ein Floskel, Herr Minister. Das ist polemisch. Wer redet, wer redet vom Schießen? Wir überantworten den Grenzschutz an Herrn Erdogan und das ist derjenige, der schießt. Der macht Selbstschussanlagen, die er baut und dem wollen Sie unseren Grenzschutz überantworten. Das ist absolut unverantwortlich, was Sie dort tun und da machen Sie sich sozusagen schuldig. Die Ungarn schützen unsere Grenzen auf andere Art und Weise, ohne dass Menden sterben. Aber Herr Erdogan, den Sie sozusagen als die große Schutzmacht Europas instrumentalisieren oder eingesetzt haben, der schießt und der schießt scharf. Also ich glaube, darüber sollten Sie mal nachdenken. Ich sehe nicht Erdogan, ich sehe nur eins. In Syrien, im Irak ist Krieg. Menschen wollen vom Krieg weg und wollen nach Europa, müssen durch die Türkei. Und in der Türkei sind 2,7 Millionen Syrer, die dort zurzeit leben. Herr Minister. Und darum müssen wir schauen, darum müssen wir schauen, zwei Sachen. Die Menschen, die zu uns kommen wollen, müssen wir mit der Türkei darüber reden, wie wir das tätigen. Und die Menschen, die in der Türkei sind, die Syrer, müssen wir schauen. Dass die, nicht Erdogan, sondern dass Kraft genug und Geld genug da ist, dass diese Menschen auch ein würdiges Leben in der Türkei haben. Und dazu muss man ja noch dazu sagen, weil Erdogan sich schändlich verhält, macht er das Verhalten von Orban nicht besser. Nur weil Erdogan noch schändlicher ist, im Umgang sozusagen an der Grenze, wird ja das Verhalten gegenüber den Geflüchteten in Ungarn nicht besser. Und ich meine, warum sind so viele Menschen aus Ungarn gleich nach Deutschland weitergezogen? Doch nicht, weil sie anständig behandelt worden sind. Ich meine, Sie können doch nicht die Zustände, die in Budapest, Sie betonen immer, dass Sie ausreden. Sie betonen immer, dass Sie gerne ausreden möchten. Dann lassen Sie auch jemand anders ausreden. Aber er war noch nicht fertig. Herr Brülle, Sie kriegen sofort wieder das Wort, aber er war noch nicht fertig mit seinem Satz. Und dann. Bitte. Wenn Sie sich die Zustände anschauen, die am Budapester Bahnhof geherrscht haben, wie die Menschen da behandelt worden sind. Und wissen Sie, es gibt Bilder, es gibt Zeugenaussagen, es gibt sehr glaubwürdige Berichte dazu. Man kann auch Dinge glauben, wenn man es mit einer freien und anständig arbeitenden Presse zu tun hat, was man nicht alles mit eigenen Augen gesehen hat. Ich habe zum Beispiel die schrecklichen Zustände in Aleppo auch nicht mit eigenen Augen gesehen und würde trotzdem wagen zu behaupten, dass da fast Bomben fallen, dass die Menschen da entsprechend terrorisiert werden von Assad. Und deshalb behaupten Sie nicht immer sozusagen, dass es eine Wahrheit nicht gibt und unterstellen Sie Leuten nicht immer etwas, was Sie nicht behaupten. Nicht damit zerstören Sie die politische Debatte. Waren Sie in Aleppo? Jetzt ist Herr Brülle dran. Und Sie bestreiten auch nicht, dass da was Bomben fallen. Also, jetzt Herr Brülle. Aber ich bestreite nicht, was Sie über Aleppo sagen. Ich behaupte nur, dass damit wir wirklich differenzieren können, wer wirklich Flüchtling ist, wer Wirtschaftsflüchtling ist, damit wir es feststellen können, dazu... Sie geben denen ja keine Chance, in Ungarn was zu beweisen. Dazu müssen wir die europäischen Grenzen in der Tat schützen. Kommt aus Ungarn. Und ich behaupte, in diesen Sendungen, vor einem Jahr war ich in so einer Sendung, da wurde ich beschimpft wie heute von Ihnen. Was ist mit dem Zaun? Ich nehme das jetzt an Frau Roos und gebe ihr Argument weiter und sage, Frau Roos, klammheimlich könnte es doch so sein, dass auch Frau Merkel froh ist, dass da jemand erst einmal einen Zaun gebaut hat, weil er damit das tut, was in der Tat bei den EU-Verträgen steht. Das hat dir ein bisschen Luft verschafft, um den Türkei-Deal dann zu vollenden, der dann auch diesen Zaun am Ende entlastet. Kann man das nicht so sehen, wie Herr Brülle das sagt? Frau Merkel hat doch diesen Deal mit der Türkei gemacht, um den Menschen zu helfen. Doch nicht aus irgendeinem anderen Grund. Von der AfD habe ich noch keinen einzigen vernünftigen Vorschlag gehört, wie man den Syrern und den Irakern helfen kann. Die stehen vor der Tür. Die sagen ja, wir sind kein islamisches Land und deswegen muss man in den Herkunftsländern die Flüchtlingsfrage bekämpfen. Ich würde gerne in Aleppo ein Büro einrichten, hätte aber gerne, dass Sie das Büro leiten. Dann werden wir Sie nämlich in Aleppo andauernd wieder kontaktieren können. Es müssen konkrete Vorschläge gemacht werden, wie wir mit dem Thema menschlich umgehen, was eine menschliche Lösung ist. Und Frau Merkel hat das wirklich versucht. Sie hat 2015 eine humanitäre Katastrophe, die sich anwarnte vor Budapest. Vor Ungarn hat sie verhindert, hat sie entschärft. Sie hat ja nicht damit Millionen Flüchtlinge hergeholt. Und übrigens, sie hat auch nicht die Flüchtlingsfrage erfunden. Das waren Flüchtlinge, die ohne ihr Zutun da waren. Und Frau Merkel hat diese Menschen gerettet. Und Frau Merkel tut das weiterhin. Ja, Herr Frau, über diesen Deal mit Erdogan sind wir ja alle nicht glücklich. Ist auch Frau Merkel nicht glücklich. Aber dann sagt mir doch einer mal eine bessere Lösung. Wer hat denn die bessere Lösung? Die hat doch gar niemand. Darf ich einen Satz dazu? Einen Satz und dann... Herr Botschafter, stellen Sie sich eine Sekunde vor. Die Deutschen hätten 2015 im August und im September das gemacht, was Herr Orban in Ungarn gemacht hat. Was wäre aus Europa geschehen? Was wäre auf dem Balkan geschehen? Welche Explosion hätte sich da zugetragen? Und darum, wenn ich ein Wort sagen darf über Europa und Flüchtlinge. Es geht doch nur, wenn keiner ausschert. Wenn kein Land ausschert. Wenn wir sehen, wir haben europäische Instrumente, um die Grenzen zu schützen. Und wir haben europäisches, ein Willen von 28 Ländern, wir haben dann den Willen, auch die Lasten europäisch zu verteilen. Und ich glaube, Dublin ist überlebt. Es geht nicht, es geht nicht, dass man Italien und Griechenland, die die größte Last haben, in Griechenland sind 50.000, 60.000 Menschen noch zu relokalisieren. Sie haben gehört, zu verteilen, Sie haben gehört, wie viele Menschen jetzt nach Lampedusa wiederkommen, nach Italien kommen. 10.000 in den letzten zwei Tagen. Die sind in Italien. Die müssen doch irgendwie auch unter die Konvention von 51 fallen, müssen die ja europäisch... Aber... Und wenn ein Land ein Referendum organisiert und sagt, ich mache da nicht mit, dann funktioniert das nicht. Dann funktioniert das nicht. Das ist ein langer Satz mit Kienkommas. Nein, das ist aber diese europäische Einstellung, die wir auch brauchen. Wenn wir die Solidarität der Europäer nicht mehr haben, in der Verteilung dieser großen Lasten... Jetzt wird es eine Rede, Herr Hasselborn. Jetzt müssen Sie aufhören. Ja, ich höre auf. Danke. Nein, nur einen Satz. Man kann ja, man kann ja. Ich darf mich mal ganz kurz ein, ein, zwei... Ich würde es gerne zu Ende hören. Wenn wir die europäische Solidarität nicht haben, dann geht es nur... So, ich möchte gerne... Dann gibt es kein Europa. Das ist der Vorschlag. Aber ich will ja... An zwei Punkten einfach zusammenbinden. Offensichtlich sind sich doch alle einig, man muss den richtigen Flüchtlingen helfen, sagt auch die AfD. Und man muss die, die aus anderen Gründen kommen, kann man nicht alle aufnehmen. Die Frage ist, welcher der richtige Weg ist innerhalb der EU. Darüber... Herr Hasselborn, stopp. Darüber geht der Streit. Und darin ist Frau Merkel mit ihrer Politik eine zentrale Figur. Zunächst einmal sind die Dinge so gemacht worden, wie sie das erst einmal sich gedacht hat. Und dagegen hat sich Widerstand geregt. Die Frage ist, ob diese Politik in Zukunft so fortgesetzt wird und was passiert, wenn sie nicht fortgesetzt wird. Ich würde gerne einen Diskutanten immerhin erwähnen, der nicht bei uns in der Runde sitzt, aber der jetzt, und das ist wirklich erstaunlich, Angela Merkel den Rücken gestärkt hat. Sie werden sich wundern, wer das ist. Herr Hofreiter, das ist jetzt erst einmal wirklich nur ein PS. Aber hat der noch alle Gedanken im Kopf, wenn alle über Rot-Rot-Grün sprechen und Joschka Fischer plötzlich über eine Wahlempfehlung für Angela Merkel abgibt? Ich glaube, dass das eine absolute Überhöhung einer einzelnen Person ist. Denn die Europäische Union ist für uns ganz zentral. Nämlich die großen politischen Probleme können wir ohne die Europäische Union nicht lösen. Vielleicht lösen wir sie auch mit der Europäischen Union nicht, aber nur mit der Europäischen Union haben wir die Möglichkeit, sie zu lösen. Zu Fragen wie Klimakrise, zu Fragen wie vielen Geflüchteten, Terrorherausforderungen, entsprechend der demokratischen Staaten, doch ökonomisch erfolgreiche autokratische Staaten wie China. Aber ich glaube, es ist eine absolute Überhöhung einer einzelnen Person. Nämlich wenn Europa inzwischen so fragil ist, dass es an einer Person hängt, dann muss man sich noch größere Sorgen machen, als man sich eh schon machen muss. Satz 1, Sie haben die Frage natürlich nicht beantwortet. Ob Sie das in Ordnung finden, dass Joschka Fischer eine Wahlempfehlung abgibt, ja oder nein? Ich glaube, er hat keine Wahlempfehlung dafür abgegeben. Ich bin mir relativ sicher, dass Joschka wieder Merkel wählt am Ende. Aber ich glaube, er hat eine Fable und das hat er schon immer. Er wird Merkel wählen am Ende. Wieder, hast du das gesagt? Dass er die Grünen wählt, ich habe mich versprochen. Freud lässt grüßen. Aber die interessante Frage ist tatsächlich... Ne, das war nicht Freud. Aber er hatte ja schon immer ein Fable für etwas übersteile Thesen. Ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, Herr Asselborn, braucht die EU, wenn sie mit einer Stimme sprechen will, so etwas wie eine Führung? Also jemanden, der dann das Konzert der 28 Nationen zusammenhält und hat Fischer in dem Sinne Rest. Das wäre im Moment jedenfalls, gerade nach dem Brexit, dann eigentlich nur die deutsche Kanzlerin? Also ich bin nicht der Journalist oder der Professor, der jetzt sagt, der ist gut, der ist schlecht. Das kann ich nicht. Ich habe meins gesagt zu 2015, dass Merkel da absolut richtig gehandelt hat. Das Zweite, was ich sagen will, Europa, eine Führung, sagen Sie. Ich glaube, wir haben in Europa zwei Probleme. Das Erste ist die Institutionen. Nach dem Lissaboner Vertrag, das Europaparlament arbeitet gut. Die Kommission gibt sich viel Mühe. Was schlecht läuft, und das kommt zu Ihrer Frage, ist der Europäische Rat. Da, wo die Staatschefs sitzen. Das sind diese Häuptlinge alle, die sagen, in Europa läuft nur etwas, wenn wir es beschlossen haben. Die nationale Souvenerialität quasi auf europäischer Ebene. Denken Sie daran, dass Sie wiedergewählt werden möchten? Spielt das vielleicht eine Rolle? Nein, das ist das Intergouvernementale. Demokratie können Sie nicht einfach mal so... Nein, nein, nein. Lass Sie mich nur festmachen. Das ist das Intergouvernementale, was wieder Oberhand bekommen hat. Und im Lissaboner Vertrag war genau das Gegenteil, war eigentlich das Ziel. Das ist das eine. Moment, jetzt ist Herr Außbohlen und dann ist Frau von Stolz. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, wissen Sie, ich glaube, es war ein sehr berühmter Dichter, der hat gesagt, glücklich das Land, das keine Helden nötig hat. Ich glaube, verbrecht. Kann sein. Und die EU hat Helden nötig, oder nicht? Und darum in der Politik, es ist gut, wenn Führungspersönlichkeiten sich bemerkbar machen, wenn auch die Deutschen, die Franzosen zusammenarbeiten. Es ist nicht gut, dass wir ein großes Land wie Großbritannien verlieren. Das ist nicht gut. Aber ich warne davor, wenn ich das machen darf, als einer aus einem kleinen Land, dass wir in der Europäischen Union uns nur in dieser Zeit, wo wir sind, jetzt an Führungspersönlichkeiten klammern. Wir sollten uns an das klammern, was Europa darstellt. Ja, aber es gibt ja Uneinigkeit über den Weg, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage. Deswegen frage ich jetzt Frau von Storch, also wenn Marine Le Pen 2017 die Wahl gewinnt, da wären Sie doch gar nicht unglücklich darüber, weil dann würde vermutlich die EU eine ganz andere sein, als das, was sie jetzt ist. Nämlich möglicherweise nach einem Referendum auch in Frankreich nicht mehr existent. Wäre das das, was Sie wollen? Ich möchte gerne, dass die Bürger wieder gehört werden und ich möchte, dass die Bürger entscheiden. Und ich möchte gerne, dass die Bürger ihr Schicksal wieder selber in die Hand nehmen können. Möchten Sie eine EU so, wie sie jetzt ist, oder nicht? Nein, wir möchten die EU auf jeden Fall grundlegend reformieren, weil viel zu viel Souveränität auf supranationaler Ebene ist. Und die Wahlbeteiligungen auf EU-Ebene 43 Prozent, ja, Tendenz laufend fallen. Das letzte Mal 1999 über 50 Prozent. Das ist doch alles ein Zeichen davon, dass die Demokratie ferne zunimmt und in Europa besonders. Es ist wichtig, dass die Menschen selber entscheiden dürfen. Und das sehen wir in allen europäischen Ländern, dass diejenigen Parteien, die mehr nationale Souveränität verlangen und weniger Transportation von Souveränitätsrechten auf die EU-Ebene, dass die Zulauf haben. Und das ist, glaube ich, eher das Parlament abschaffen, in dem Sie sitzen. Und mehr macht tatsächlich dem Rat geben, der Herr Asselborn, ich möchte da, wo die Staatschefs sitzen. Nein, mehr Souveränität auf die nationale Ebene. Das heißt, zurück in die nationalen Parlamente, wo entschieden wird, das ist viel näher an den Bürgern als das Europäische Parlament, das sogenannte EU-Parlament oder der Europäische Rat, wo, Entschuldigung, jedes Land mit einer Stimme sitzt. Das Land von Herrn Asselborn, das anderthalbmal so viele Einwohner hat wie der Stadtteil in Berlin, in dem ich lebe, ja, das ist auch eine Art von Demokratieferne, die sich dort abbildet. Ich glaube, auch das wissen die Bürger ganz genau. Kann auch kallein und fein sein. Frau Huss, die Vision, die Joschka Fischer da an die Wand malt, also Trump gewinnt, Le Pen gewinnt, das ist sozusagen, der Westen kommt aus der Balance und in Deutschland stehen wir auf der Kippe. Ist das ein Untergangsszenario, das Sie realistisch finden? Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Trump Präsident wird. Aber Le Pen in Frankreich? Auch nicht. Auch nicht. Also die Franzosen sind ja nun nicht so bescheuert, dass sie Le Pen wählen. Ich bin auch der Meinung, dass wir eine Führungspersönlichkeit wie Merkel in Europa brauchen. Ich bin nicht der Meinung, dass 27, 28 Staaten, leider jetzt nur noch 27 Staaten, miteinander funktionieren ohne Führungspersönlichkeit. Ein starkes Führer. Merkel, lassen Sie mich ausreden. Und Merkel hat doch nun wirklich bewiesen, was sie für Europa tut. Und sie hat Europa bisher zusammengehalten. Das ist sehr schwierig. Und wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Und die Nationalismen blühen leider. Aber gerade deswegen meine ich, dass wir Frau Merkel brauchen, dringend brauchen. Und wenn ich es einer Person zutraue, dies Europa zusammenzuhalten, dann ist es Angela Merkel. Angela Merkel, nee, jetzt ist Herr Pröle, ist die... Morgen kann Angela Merkel nicht mehr da sein. Herr Pröle. Von innenpolitischen Gründen und wenn man sich zu viel an eine Person klammert, das war mein Gedanke, dass Europa zusammenbricht mit einer Person, anstatt dass Europa trotzdem mehr auf das Wert legt, was es eigentlich in der Substanz da steht. Das ist die Spekulation, Herr Pröle, ich würde gerne das Argument aber Herrn Pröle geben. Hat Angela Merkel Europa zusammengehalten? Oder gespalten? Wenn ich mir jetzt dieses Bild angucke, was Sie anfangs gezeigt haben, dann habe ich den Eindruck, dass in den letzten anderthalb Jahren Deutschland diese traditionelle Stabilität verloren hat. Ob das mit Frau Merkels Politik in Zusammenhang steht oder nicht, das sei dahingestellt. Aber was wir heute brauchen, das ist wirklich... Diese politische Stabilität verliert, dann ist auch das europäische Regelwerk, glaube ich, in Gefahr. Deshalb sind wir sehr stark daran interessiert, wir in Mittelosteuropa erst recht, die natürlich mit wirtschaftlich und auch politisch und auch kulturell sehr stark mit Deutschland zusammenhängen, dass diese Stabilität wiederhergestellt wird. Also ist das Plädoyer für eine starke Kanzlerin? Das ist das Plädoyer für eine... Andere Kanzlerin? Das ist eine sehr... Andere Kanzlerin, in der Werte? Nein, das ist das Plädoyer für ein stabiles Deutschland. Das ist ein Plädoyer dafür, dass wir nicht einfach einen der beschimpften Herr Minister und einfach mal historische Begriffe herholen, um den anderen da bestempeln. Aber das ist ja nicht so sensibel. Sondern, ja gut, okay, sondern dass wir einfach mal nüchtern darüber nachdenken, was wir mit diesem gemeinsamen Europa tun können. Und das wollen wir auch, daran sind wir interessiert. Deshalb sind wir am Erfolg von Angela Merkel auch interessiert. Und deshalb sind wir auch an der Stabilität Deutschlands interessiert. Und deshalb gefällt uns übrigens das, was wir in Dresden jetzt gesehen haben, auch nicht. Das ist in der Tat schrecklich. Ich habe auch in der DDR damals gelebt. Ich habe eine Ehrfurcht davor, was in Deutschland in den letzten 26 Jahren geschehen ist. Deshalb denke ich, dass diese Stabilität Deutschlands von besonderem Interesse ist. Der Minister, der Präsident Ungarns klingt manchmal anders. Muss man einfach dazu sagen, dass die Worte, die Sie jetzt sagen, sehr abgewogen sind. Das, was er da manchmal sagt, ist es nicht. Aber tatsächlich, wenn Sie sagen, wir werden mal nüchtern, dann machen wir das für einen Moment. Und gucken auf etwas, was auch in diesen Tagen passiert ist. Es geht ja um die Millionen von Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind im letzten Jahr. Überraschenderweise gibt es neue Zahlen oder neue Erkenntnisse. Und die sehen ein bisschen anders aus. Von Storch an diesen neuen Zahlen ist wahrscheinlich weniger bedeutsam, dass es 890.000 statt 1,1 Millionen sind. Sondern die Tatsache, dass die Prognose, die vor der Grenzöffnung in der Ungarn-Frage im September stattgefunden hat, in etwa eingehalten wurde. Korrigiert Sie das in Ihrer Ansicht? Erst Kanzlerin Merkel habe den Strom ins Laufen gebracht und die Flüchtlinge geholt? Das, was ich feststelle, ist, dass wir 1993 unsere Verfassung geändert haben und in den Paragrafen 16a einen Absatz 2 eingefügt haben, dass Menschen aus sicheren Drittstaaten bei uns keinen Anspruch auf Syl haben, weil damals 493.000 Menschen zu uns kamen und wir ganz klar hatten, dass das zu viel ist. Ja, richtig. Aber wir haben festgestellt, 493.000, das können wir nicht schaffen. Das schaffen wir nicht, war damals die Ansage und deswegen wurde die Verfassung geändert. Insofern finde ich die Diskussion darüber, ob das jetzt 800.000 oder 1 Million sind oder 900.000 oder 850.000, dann ist das eigentlich egal. Das war gar nicht mein Punkt, sondern meine klare Frage an Sie war, Sie sagen immer, Frau Merkel hat die Flüchtlinge erst geholt. Die AfD antwortet nie auf die Frage. Die Fakten brechen jetzt erst mal dagegen. Würde das Sie in Ihrer Haltung korrigieren, war die Frage. Ich glaube, dass den Vorwurf, den wir Frau Merkel machen, ist, dass sie weiterhin und immer wieder das politische Signal aussendet, dass wir immer weiter Menschen aufnehmen können und dass die größere Krise erst noch kommt in die Flüchtlingsströme. Wir stehen, dass Sie erst einmal auf die eine Frage antworten, bevor Sie ein zweites Thema aufmachen. Sie macht das nicht. Frau Meisberg, Sie macht das nicht. Das würde mich wirklich interessieren. Das würde mich wirklich interessieren, weil die AfD, auch die Ungarn haben es gesagt, erst die Selfies, erst die Grenzöpfungen haben dazu geführt, dass die ganzen Menschen gekommen sind. Die Zahlen sehen ein bisschen anders aus. Ich wollte nur wissen, ob Sie das beeindruckt. Was mich beeindruckt, ist die Schwierigkeit, die tatsächlichen Zahlen wirklich festzustellen. Weil wir unterscheiden müssen nicht nur zwischen denen, die einen Antrag gestellt haben, sondern denen, die eingewandert sind, ohne einen Antrag zu stellen. Diejenigen, die in den Verfahren noch laufen, ist es unheimlich schwierig, die tatsächlichen Zahlen wirklich zu haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass das vollkommen klar ist. 890.000 sind registriert im letzten Jahr. Die Prognose vom Sommer waren 800.000. Glauben Sie, Merkel hat die Flüchtlinge erst ins Land geholt, wenn die Zahl schon prognostiziert wurde, bevor sie die Grenze geöffnet wurde? Ich glaube, dass Frau Merkel das politische Signal aussendet, weiterhin gesendet hat und weiterhin sendet und weiterhin verschärft, dass die Migration in Größenordnung noch zunehmen wird, die wir nicht verkraften können. Das war ja von Anfang an eine zynische Haltung. Nämlich, Sie glauben doch nicht wirklich im Ernst, dass Menschen, die vor dem Krieg in Syrien fliehen, was wir vorher schon erwähnt haben, die vor den Fassbomben von Assad fliehen, deshalb fliehen, um ein Selfie mit Frau Merkel zu machen. Das ist doch die grundzynische Haltung, die Sie da entsprechend an den Tag legen. Sie tun so, die Menschen fliehen deshalb, weil sozusagen Frau Merkel die Menschen eingeladen hat. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Die Menschen fliehen, weil sie hungern, weil sie Angst vor Krieg haben, weil sie vor den Bomben versuchen zu entkommen. Die Menschen fliehen, weil sie in den Lagern für Geflüchtete entsprechend gehungert haben. Sie fliehen sozusagen, weil sie ihre Kinder sozusagen Angst hatten, dass sie verhungern, weil sie Angst hatten, nachdem das World Food Programme das dritte Jahr in Folge angekündigt hat, dass die Rationen gekürzt worden sind. Deshalb fliehen die Menschen und nicht, was Sie immer behaupten, dass Frau Merkel angeblich diese Leute geholt hat. Wenn man Frau Merkel was vorwerfen kann, ist, dass Sie die Zahlen schon früher wussten, dass sie hoch sind und dass entsprechend die Bundesregierung nicht darauf vorbereitet war und die Bundesrepublik nicht darauf vorbereitet war. Anderer Vorwurf. Und das gibt es ja sozusagen sogar selber zu, dass das ein Fehler war, dass man sich nicht rechtzeitig vorbereitet hat. Das kann man eher vorwerfen, aber das andere mitnichten. Wird es sich jemals klären lassen, Herr Asselborn und Herr Pröhle, ob jetzt Merkel als Person schuld ist daran, dass die Zahlen am Ende so waren, wie sie sind? Darf ich, darf ich? Eins und zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Aber Sie müssen sich auch beschränken, bitte. Ja, ja. Es ist eine deutsch-deutsche Debatte jetzt, glaube ich. Ich will eine europäische Dimension hineinbringen. Passen Sie mal auf, Sie haben von dem Balkankrieg gesprochen. Damals kamen sehr, sehr viele Deutsche auch in Ihre Region und sie wurden aufgenommen. Diese Debatte ist ja neu, weil die Zivilisation der Allianz nicht funktioniert, weil wir kulturell diese Auseinandersetzung haben mit Menschen, also mit dem Islam. Das ist die Antwort, die ich bekomme, wenn ich Kollegen frage, warum die Visegrad-Länder zum Beispiel solches Problem haben. Hattet ihr dieses Problem auch bei den Balkankriegen? Nein, sagen Sie dann. Er meinte nicht, aus Deutschland kamen die Menschen nach Ungarn, sondern Muslime vom Balkan. Das haben Sie gemeint. Und wenn man dann auch noch die Frage stellt, wäre die Debatte dieselbe in den Ländern, Visegrad-Ländern, wenn in der Ukraine Krieg würde und die Ukrainer kämen aus dem Osten nach Osteuropa, nein, dann kommt die Antwort, nein, dann wäre es anders. Und hier, glaube ich, muss man ansetzen. Hier ist ja, wissen Sie, die Türken und die Spanier haben diese Allianz der Zivilisationen gegründet, von der UNO. Die hat nicht funktioniert. Ich glaube, das ist eines der Probleme, die wir in Deutschland, in Europa haben, unsere Kultur und die Kultur eben aus dem Nahen Osten zusammenzubringen. Die Angst, die dann entsteht. Und das ist ja auch der Antrieb, dass viele, ganz viele eben auch, ganz viele Menschen auch eben in den Extremismus, in den Populismus getrieben werden. Jetzt habe ich mich durchgesetzt und habe Herrn Pröhle das Wort verschafft. Und was ist die Frage nach dieser Rede? Ich weiß nicht, ob es sich jemals klären lassen wird, ob tatsächlich die Flüchtlinge nicht schon da waren und dann ins Land gekommen sind, weil sie bei Ihnen an den Bahnhöfen saßen. Da wollte ich schon vorher dazu was sagen. Also diese Situation am ungarischen Bahnhof ist ja entstanden, weil die Menschen nicht in die Camps gehen wollten, wo sie hätten registriert werden können, weil sie Angst gehabt haben, dass sie aufgrund der Schengen-Dublin-Regel nach Ungarn zurückgeschickt werden können. Deshalb entstand diese, wie Sie das genannt haben, humanitäre Katastrophe, weil sie alle nach Deutschland gehen wollten. Warum wollten sie nach Deutschland gehen? Das ist natürlich zum einen, weil dieses Land sich so wunderbar entwickelt hat. Hier ist Wohlstand, hier ist Geld und das weiß man überall. Vielleicht hat die Kanzlerin ein bisschen mit diesen Selfies auch dazu beigetragen. Vielleicht waren das die falschen politischen Signale. Aber eins ist ja klar, und deshalb funktioniert auch dieser Quotenmechanismus nicht, weil das in der Tat nicht funktioniert. Sie wollen dahin gehen, die Migranten oder Flüchtlinge, wo sie bereits ihre Landsleute haben, wo sie eben diese Empfangsbereitschaften aufhören. Nein, das ist die Union, die da sind. Und dann muss ich Ihnen sagen, das ist vielleicht auch von Deutschland, ich kann das sehr gut verstehen, menschlich. Die Kanzlerin kommt auch aus dem Osten. Das ist ein gutes Gefühl, dass endlich so viele Leute in ein Land kommen wollen, wo früher die Menschen alle weggehen wollten. Frau Hoß sagt, das ist alles unmöglich. Was ist genau unmöglich? Naja, so kann man doch einfach nicht argumentieren mit den Selfies. Wissen Sie, wir haben ja, André Schmitz und ich, eine Anzeige gescheitert, haben sehr viele Menschen unterschrieben. Das war im Februar, glaube ich, 2016 oder es war jedenfalls Anfang des Jahres. Nein, nein, 15. 15, meine ich, Entschuldigung. Und wir haben einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Wir haben einfach, darf ich es ganz kurz vorlesen, sie haben unser Land verwandelt. Man hat keine Angst mehr vor Deutschland, im Gegenteil, man will nach Deutschland. Nicht wegen Selfie, sondern nach den Schrecken, den Untaten, die von Deutschland ausgingen, ist das auch für uns eine neue, wunderbare Erfahrung. Dass sie ein anderes Deutschland repräsentiert. Ruth Klüger, eine Holocaust-Überlebende, hat am 27. Januar 2016 im Deutschen Bundestag so eindrucksvoll von ihrer großen Verwunderung gesprochen, die in Bewunderung für unser Land überging. Und zwar durch Vermeergesaden. Zitat von Frau Ruth Klüger. Das war der Hauptgrund, warum ich mit großer Freude ihre Einladung, also Lammerts Einladung im Bundestag angenommen habe, über die früheren Untaten sprechen zu dürfen, hier, wo ein gegensätzliches Vorbild entstanden ist. Mit dem bescheiden, anmutenden und dabei heroischen Wahlwort, wir schaffen das. So, wir haben zwei unterschiedliche, ich muss sie leider an der Stelle, wir sind nämlich heute am Ende dieser Diskussion. Ich stelle nur einfach fest, es gibt sowohl in der historischen Gemengelage, als auch über die Frage, wie man mit der Flüchtlingssituation in der EU umgeht, große Differenzen, die wir heute nicht gelöst haben. Aber sie haben mir geholfen, ein bisschen was zu verstehen über das, was gerade diskutiert wird. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir sind am Ende unserer Sendung. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir vor den Tagesthemen um 21.45 Uhr auf Sendung. Im Anschluss an den ersten Film, die Stille danach, den Film im Ersten. Es geht um das Thema Amoklauf. Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.